So, willkommen zum kleinen Konfi... Wie hieß das nochmal? Konfi-Trash oder so? Bullshit. Wie Bullshit? Oho, Alter! Das ist jetzt wieder dieses Porno-Meme da mit dem kleinen Mädel auf der Couch und den ganzen schwarzen Kerlen dahinter. Ja, auf der Hallos nicht mehr! Keine Sekunde hat's gehört! Oho, der war Trent! Alter, das war geil, das war geil. Alle Fähler waren! Schön, das war witzig. Ja, so, das war's.